Hey Leute von YouTube, Grüße von Twitch, wir sind wieder auf HostBlogs und hier gibt's ja das Belohnungssystem fürs Voten. Und ich hab jetzt die 20 Punkte voll. Ich hab mir hier schon mal was Sachen gekauft. Hier zum Beispiel täglich grüßt der Trichter, würde ich sagen, hat ungefähr einen Wert von 1000 und kostet 1 Punkt. Jetzt hab ich freigeschaltet Shop-Baukasten, kostet 20 Punkte. Das heißt, es müsste nach meiner Rechnung Pi mal Daumen auch einen Wert von 20.000 haben. Ich bin halt gespannt, was ein Shop-Baukasten drin ist. Ihr müsst es jetzt nicht herausfinden, indem es zählt, sondern ihr könnt es bei mir sehen und entscheiden, ob es euch das wert ist. Zack, nehmen wir. Gucken wir mal. Uh, das ist einiges. Okay. Wir haben erstmal Truhen und Schilder. Ist logisch, damit macht man die Shops. Perfekt, ist ja nicht so viel wert, würde ich sagen. Okay, dann haben wir hier Vote-Zettel. Uh, Sammel-Item bestimmt. Votes, Votes, Votes. Vote-Zettel 6 von 9. Chat, was macht man mit den Vote-Zetteln? Fragen wir den Chat, der weiß das bestimmt. Kasse. Ist ein optisches Item, ne? Spielernamen, Anzeige. Okay. Ist jetzt nicht so mein Favorite, diese optischen Items. Hier haben wir auch Bücher. Aber ja, ist ganz gut. Brauchst alle 9, dann gibt es eine Beacon-Picke. Okay. Für 9 von diesen Sammel-Items gibt es eine Beacon-Picke. Heißt, schon mal nicht unsinnig, ne? Ja. Schon mal nicht unsinnig. Wenn es 6 von 9 ist, Beacon-Picke. Fast eine Beacon-Picke ungefähr wird schwierig. Haben wir hier noch mehr Bücher. Mehr Wechselgeld. Das sind die ganzen optischen Sachen. Nehmen wir mal raus. Können wir mal hier hin tun. Zack. 1,3 Mio ist die circa. Okay. Dann haben wir die ganzen Thronen. Dein eigener Shop-Tutorial. Perfekt. Gucken wir mal. Wie baue ich einen Shop? Okay, das ist einfach nur ein Link zum Forum, wie man einen Shop baut. Ist. Ja. Super. Der öffnet bei mir auch den Shop ganz allgemein. Ich kann es noch mal. Yep. Ne, ich lande auf der Startseite vom Shop, äh, vom Forum tatsächlich. Okay. Ist, würde ich sagen, diese optischen Items kann ich halt so gar nicht bewerten, ne? Bin ich ganz ehrlich. Hier, das hier, wenn man, äh, davon, sechs, äh, neun Stück braucht und man hat dann jetzt einen von neun und wie Schatz sagt, 1,3 Mio ist der Wert, ist dann über 100.000 wert, wenn man es runterrechnet. Dieser Vote-Zettel. Haben wir nochmal Kisten, Kis, Fass, 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 Kiste. Ja, die optischen Items kann ich nicht so bewerten. Der Vote-Zettel ist, würde ich sagen, das, was wertvoll macht. Also, wenn man für den Vote-Zettel spart, hat man hier einen Plus. Äh, ansonsten, würde ich sagen, kann man die 20 Punkte bestimmt besser sparen für was anderes verwenden. Wir werden mal gucken bei Belohnung nochmal. Dann würde ich sie vielleicht eher auf so eine coole Spitzhacke sparen oder ähnliches. Was haben wir hier? Tottis, äh, Turtle-Helben. Ähm, ja, so eine geile Rüstung oder so. Würde ich dann vielleicht eher sparen. Aber wenn man diese optischen Sachen mag, sich einen Shop erstellen möchte, ist es, glaube ich, ganz nett. Und halt diesen Vote-Zettel. Ja. Ich werde das ganze Ding gleich... Ah, nee, kann ich nicht, ne? Wenn ich das jetzt abbaue, ist es weg. Wie gesagt, ich stelle das als Ganzes bei Jobs rein. Ich packe es einfach gleich in eine Schalker-Kiste. Ja. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr meint, das ist die 20 Vote-Punkte wert, oder ob ihr die anderes investiert hättet. Ähm, eure Meinung zählt natürlich wie immer in den Kommentaren. Das war's. Ciao.